Typischer Arbeitsalltag, erst in der Früh Laptop einmal einschalten in aller Regel und schauen, wie waren denn die Verkaufszahlen am Vortag und wie stehen wir denn da? Ein Wechsel zwischen Bürotätigkeit und natürlich Kundenbesuchen oder Treffen mit Kollegen. Ich komme in der Früh in die Filiale, begrüße mal meine Mitarbeiter, drehe meinen Rechner auf, schaue, ob es irgendwelche E-Mails gibt, gehe mal durch, ob es Probleme gegeben hat, was man am Vortag nicht lösen können hat und versuche das alles besser zu regeln wie am Tag davor. Mein Arbeitsplatz ist ca. 50-50 aufgeteilt, Bürotätigkeiten natürlich, aber auch viel Kundenbesuche, bin österreichweit unterwegs. Arbeitsplatz von mir sieht aus, dass ich täglich in der Filiale bin, immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter habe, dass ich Rad und Rad zur Seite stehe, bin draußen im Verkauf, bediene den Kunden, gehe auch in die Werkstatt, lege selbst Hand an und ab und zu haben auch Außenbesuche beim Kunden vor Ort. Ich bin persönlich langjährig im Unternehmen, natürlich gibt es dann neben dem beruflichen Kontakt auch mit dem einen oder anderen Kollegen private Verbindungen und man trifft sich dann halt schon ab und an, um gemeinsam einmal vielleicht Mittag zu essen. Wir veranstalten ab und zu so ein Kartrennen, wo wir halt als Filiale hingehen, Kart fahren und dann auch noch was essen gehen, also gibt es regelmäßig. Arbeitszeiten sind bei uns flexibel einzuteilen. Wir haben natürlich eine Sollarbeitszeit, wo jeder Mitarbeiter anwesend sein soll, aber drumherum funktioniert das recht gut, auch was die Work-Life-Reliance betrifft. Wir haben eine geregelte Arbeitszeit, in der Saison natürlich ein bisschen mehr. Dafür können wir außenhalb der Saison, kann man mal ein paar Wochen am Stück in Urlaub gehen. Es ist eigentlich fast eine freie Zeiteinteilung für uns. Zur Zusammenarbeit mit meiner persönlichen Führungskraft kann ich sagen, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben ein sehr offenes, auf Vertrauen basierendes Arbeitsverhältnis. Ich glaube, das kann sich nur jeder so wünschen. Team Spirit sieht bei uns in der Finale sehr gut aus, also wir sind zu zwölft, sehen uns jeden Tag und ich sage, wenn man sich jeden Tag sieht, will man ja auch möglichst gut miteinander zusammenarbeiten. Besonders Spaß macht mir eigentlich das tägliche Geschäft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist der Reiz, Kunden zu betreuen, andere Erteilungen zu unterstützen und das ist jeden Tag aufs Neue natürlich eine neue Herausforderung. Mir macht besonders Spaß an dem Beruf, also das Verkaufen, der Kontakt mit dem Kunden und den Kunden glücklich die Filiale verlassen zu sehen. Bis zum nächsten Mal.